einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor hörst du auf mir drin du euler so wir sind wieder mit jonah unterwegs denn wir müssen immer noch eben ein ausgangstor öffnen ok ich bin in die richtung gerannt auch die feule alles klar kommt hier her und du mal weiter ich will drücken morgen muss nämlich nach haken sammeln der mir angekommen ich heile dich ach so du willst hier hin da alles klar schon fünf geschafft ich 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 Sie sind mir! Sie haben mich verloren? Das ging aber dammig schnell. Ich bin doch bloß im Kreis gerannt. Alles klar? Ich bekrabbelts gerade an der Lippe. Die schon wieder, die hangt doch gerade. Du hast mich gesehen. Ich dachte, da kann alles mal verdammt scheiße. Ach, Julia hat sich schon ausgelockt, Alter. Lass mal wegkommen. Erst noch weg, ja. Ich glaube, der ist ja wieder. So? Ah ja, machen wir den Jen weiter. Der ist nämlich fast fertig. Der Bäcker wird gejagt. Die ist dann raus. Das ist natürlich ganz doof. Der spielt. Ich denke fast, der spielt mit Barbecue und Chili. Aber die recovered auch gar nicht. Warum recovered die nicht? Ja. 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 Da geht es. Es gibt jetzt einen Trick, wie man da hochkommt. Ich bin doch schon weg, Mensch. Lass mich in Ruhe. Ich wüsste, wo die Jui ist. Er kennt mich immer noch an, daher. Na gut, ist immer raus. Na gut, ist immer raus. Na ja, ich biete mich jetzt einfach an, da bin ich raus. Entschuldigung. Alles gut. Der Bot hat gewonnen. Ne, der Bot hat die gewonnen, da sucht der Bot jetzt. Ach Mensch, als erste Runde ist schon scheiße für heute. Oh, ich muss erst mal wach werden. Ja, ich liege immer noch. Dann lass den Bot. Sehr schön. Ich hab zwei Hakenrettungen. Immerhin. Immerhin. Und ich hab immer noch nicht die Kooperation fertig. So, wir schauen noch mal, ob es jetzt gut geht. Oh, äh. Okay. Damit wär auch er. Sie weg. Jui. So wurde Luca. Ich will wissen, was er hatte. Da hat er 100% des... Ich bin immer fast sicher. Wo hab ich gehabt. Ah, alles klar. Okay. Trotzdem eine schöne Runde. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Runde. Das war's. Ciao. 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 Ciao.